Hallo und herzlich willkommen zu KRA- Bis auf weiteres müssen sie ohne Luftunterstützung auskommen. Verstanden. Dann muss es eben auf die harte Tour gehen. Alle Reinhalten hier Major Strickland. Luftunterstützung fällt aus. Rücken jetzt zum Premierziel Alpha vor. Torwärts! Ihre erste Verteidigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof. Hier unten ist die Hölle los, Zentrale. Schicken Sie Unterstützung. Alle O2 stehen unter schweren Beschuss. Die Last rufen den Arsch auf. Das ist einer von uns. Das ist auch einer von uns. Wir schlagen überall Granaten an. Hä, Baum. Wo sind denn welche? Die. Moment, wir sind auf heftigen Widerstand gestoßen. Können Sie diese Ferien? Ich habe alles im Griff, Major. Weiter, Jungs! Was ist das? Warum schon? Jawoll Fahrt, Digga Alter Den da hinten hab ich gekriegt, nice Noch einer Also Ja, ich bin Schon dabei Komm Ich dreh mal ab Bisschen anders fahren Oh Ja, wie gefällt uns das hier, Schweine? Ich find das geil Rückzug Ja, das weiß ich auch Haben wir hier denn noch irgendwo die Bedrohung? Boah, ich häng fest Moin, Niggas Die Explosionen sind richtig geil gemacht, muss ich sagen Zentrale hier, Porsche 16, sind im Anflug Abruf über Sektor 2 Keine Raketen mehr Ja, was machst du hier? Sonne genießen, ne? Maximale Panzerung Ladung abgesetzt Ich wiederhole, Ladung abgesetzt So, ich bin da Dann muss ich hier mit Auto aufkreuzen Na, dann rennen wir da mal hoch Toll Bahnhof gesichert, Major Gute Arbeit, meine Herren Nomad, der Parkop Plotiert unseren Vormarsch in das Tal Zerstören Sie ihn, aber passt Sie auf Könnte ein Munitionslager sein Okay Okay Der Panzer ist schon halb kaputt Hm Haben wir noch? Haben wir noch Ja Jawoll Ich hab den Waggon erledigt Der Weg ist frei Roger Nomad Wir brechen jetzt durch Geben Sie uns wenn nötig Deckung An alle Einheiten Der Bahnhof ist gesichert Vorrücken zu primären Zielen Einfahren Die KVA hat in dem Tal ein Munitionslager Röchern wir das Ding aus Ich hoffe, dass es jetzt schlau Dass ich hier ohne Panzer rumrenne Kann auch tödlich sein Aber auch nur kann Fastline Alpha Fastline Alpha Wenn wir es zerstören Schneiden wir ihn den Nachschub ab Zerstören Aber wie langsam Da ist ein Hubschrauber Und Und Wat Was ist das denn? Huh Wat zum Teufel Das leuchtet Das leuchtet Da Was ist das? Was ist das? Okay, der Sound Keiner von uns Weiß Weiß Hm Sind die von uns oder nicht? So, wir haben Panzerunterstützung Wer gibt es vor, mich gesehen zu haben? Oh, da hinten ist noch ein Panzer Oh, jetzt nicht mehr Oh Moin Kollege Energie Energie kritisch Maximaler Saum Kann ich da einsteigen? Nicht jetzt Ah, da überfährt mich der Panzer einfach Ich weiß nicht, sind das jetzt welche von uns? Die sehen um echt zu sein nicht so aus Ja, das sind welche von uns? Oh, geil Was ist denn Waffe? Was zieht du denn hin? Schlecht Ich glaube ich bleibe mal in der Nähe von unserem Panzern hier Oder, ich glaube lieber nicht, dann sterbe ich gleich wieder Ich glaube lieber hier bin ich nicht mehr gewischt Ich glaube ich bin Ich glaube ich bin Da steht er einfach. So. So, das ist einer von uns. So, Vorsicht. Achtung Marines! Im Tal stehen wir eure Flugabwehrgeschätze. Wir bekommen erst Luftunterstützung, wenn wir sie neutralisiert haben. So. So. Das sind welche von uns, okay. Wow. Oh. Oh, oh. Alter. So. So, vor allem. Wie hält der aus? Ich rolle hier irgendwie hin. So gut, wenn es nicht so geht, dann geht es halt so. Warum war der Busch gut? Alle Hund zwei hat's erwischt! Vielen Glück, Jungs! Moment! Unsere Vögel haben keine Chance, wenn sie diese Artilleriegeschütze nicht zerstören! Bin dabei! Wo rennt der Chinese denn rum? Ist ja gut. So, der ist ausgebrannt. Der ist ausgebrannt. Bisschen höher... Nichts! Durchs Gerüsch getroffen. Die Sau! 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 Gar nicht so schwer, so ein Panzer fiked. Von hinten? Was? Okay. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Kaputt. Ich höre aber irgendwo wieder einen Hubschrauber. Die mag ich ja so gern. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Sehr gut. Bis hierhin kann uns jetzt keiner den Sieg nehmen und die Datei schon 17 Gigabyte groß. Alter, ich mach mal einen Folgen-Cut. 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 Ich mach mal einen Folgen-Cut.